Einen wunderschönen herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Ich habe mich extra zurecht gestriegelt und ja, ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr auch. Ihr kennt meinen Kanal ja und meine Videoformate. Und ich dachte mir, dadurch, dass ich jetzt regelmäßig Videos für euch mache, muss es natürlich auch mal neue Formate geben. Ja, und heute habe ich gedacht, machen wir mal so einen kleinen Kosmetik-Schnack. Ich weiß ja, dass ihr alle kosmetikverrückt seid, genauso wie ich. Und ja, dadurch, dass ich einfach super gerne neue Sachen ausprobiere und ich noch fürs Wochenende am Sonntag einen ultra heftigen DM-Haul für euch habe, mache ich das gesondert, weil der ist schon echt lang. Und das würde einfach, ja, die Länge für euch sprengen. Wobei auch, das stört euch, glaube ich, nicht. Aber nein, wir wollen das lieber nach und nach machen. Heute habe ich nämlich ein paar Sachen, die ich tatsächlich, ja, alle zur Verfügung gestellt bekommen habe. An dieser Stelle muss ich sagen, egal, ob zur Verfügung gestellt oder nicht, natürlich ist meine Meinung für euch immer transparent. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich finde es schade, dass man es oft einfach noch als Influencer so dazu sagt, weil es nun mal leider, trotz all der Jahre, die jetzt Influencer-Marketing vorangetrieben wurde, immer noch, ja, verrufen ist. Also ich verstehe das nicht. Natürlich gibt es auch Leute, die das natürlich ausnutzen, weswegen es verrufen ist. Aber bei mir ist es immer wichtig. Ich nehme nur Sachen an, die ich eh feiere, die ich ausprobieren möchte, die ich mir selber auch kaufen würde und die ich einfach benutze. Also das ist wirklich das Wichtigste. Und diese Meinung teile ich natürlich mit euch. Deswegen an dieser Stelle möchte ich sagen, transparent. Ich habe das heute zur Verfügung gestellt bekommen. Und das sind, ja, coole Neuheiten, beziehungsweise Schrägstrich Produkte, die es im Standardsortiment gibt. Größtenteils bei dm. Und eine coole Sache, mit der ich jetzt auch starten möchte. Wenn ihr gleich seht, die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe, von L'Oreal, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mal einen Make-up-Look mit so einer, ja, kompletten Marke von mir haben möchtet. Das machen ja viele. Ich finde das immer toll zu gucken. Und ihr wollt ja auch eigentlich Schminkvideos mal von mir sehen. Habe ich tatsächlich so noch nie groß gemacht. Müsste ich mich mal eingrooven, aber hätte ich Bock drauf, könnt ihr mir ja nach dem Video gerne mal in den Kommentaren lassen. Und, ja, dann machen wir das. Denn ich merke einfach, wie ich aufblühe, wieder im regelmäßig Videos drehen. Und ich würde sagen, wir starten zuallererst mit einer Sache, die ich jetzt vor kurzem zugeschickt bekommen habe. Und zwar von Jepoda. Ihr wisst ja, oder habt wahrscheinlich schon gesehen, dass ich in dem einen oder anderen Video mal von den Produkten geschwärmt habe. Das habe ich nämlich heute auch auf den Lippen und auf den Wangen. Vielleicht konntet ihr das schon ein bisschen erkennen, dass das ganz passend ist. Jepoda ist ja koreanische Pflege. Und die haben jetzt zweijährigen Geburtstag. Total verrückt, weil ich habe damals noch mitbekommen, wie die an den Start gegangen sind. Und, ja, zwei Jahre sind sie nun schon auf dem Markt. Haben jetzt ein neues Produkt gelauncht. Und zwar ist das hier dieser Multiball. Zeige ich euch mal. Ich muss erst mal sagen, vom ersten Eindruck ist die Verpackung tatsächlich sehr wertig. Also die ist relativ schwer und, ja, gefällt mir ganz gut. Ist mit so einem Magnet, ähm, Magnet? Wollte ich gerade Magnet sagen? Ja, das wirkt so. Es ist kein Magnet. Aber sie ist halt sehr, ähm, sehr robust. Also sehr wertig. Das gefällt mir sehr gut. Und, ähm, ja, ist halt auch immer wichtig, wenn man sowas irgendwie mit in der Handtasche hat. Genau. Was ist das? Das ist der Multibalm von Jepoda, was ich immer ganz schön finde. Egal, bei welchem Lippenstift, wenn da so Eingravierungen drin sind. Seht ihr das? Ähm, finde ich total schick immer. Steht man drauf als Cosmetic Freak. Ähm, genau. Und was kann der Multibalm oder was ist das? Wie der Name das schon sagt, das ist so ein Balsam für Lippen, Wangen und tatsächlich auch Lidschatten gedacht. Man kennt das vielleicht noch von unseren Eltern früher. Die hatten ja auch so eine, ähm, ja, All-in-One-Produkte. Finde ich tatsächlich ganz praktisch. Gerade auch, wenn man verreist oder das irgendwie mitnimmt. Und was mir halt richtig gut gefällt, dass man das dann, ähm, also Lidschatten trage ich eher wenig. Aber wie heute jetzt zum Beispiel, ähm, einfach die Kombination von Rouge mit passendem Lippenstift. Das sieht natürlich immer edler aus, finde ich. Äh, es ist, ja, wie gesagt, schon praktisch. Da man nicht, wenn man irgendwie on tour ist oder auch zu Hause, wenn man jetzt nicht so viel Schmink hat wie ich, einfach, ähm, ja, ein Produkt hat für drei Anwendungen, wenn man möchte. Ich habe hier die Farbe Berry Beautiful. Es gibt insgesamt drei. Es gibt noch, ähm, Rosé All Day und Sassy Sunset. Genau. Sassy Sunset ist so ein bisschen knalliger, ähm, was den Rotton anbelangt. Ihr habt ja gesehen, den, den ich jetzt habe, der ist so mehr, ja, so ein richtig schöner Weinrot-Dunkelrotton. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein, ähm, bisschen helleren Ton, damit auch wirklich für jede Hautfarbe, für jeden Hauttyp das passende dabei ist. Das ist so mehr Rosenholz in die Richtung. Genau. Ja, was, äh, kann der neben dem gut aussehen, wie ich finde? Also ich muss ja immer wieder sagen, immer wenn ich roten Lippenstift oder ein rotes Lippenprodukt auftrage, merke ich erst, dass mir das eigentlich ganz gut steht. Aber ich trage es irgendwie so wenig, äh, weil es sehr auffällig ist. Ich muss aber sagen, jetzt, wo man wieder Masken tragen, äh, wo man Masken getragen hat, ne, die letzten zwei Jahre. Also ich muss sagen, das, äh, freut mich riesig. Und dementsprechend, ja, probiere ich mich dann natürlich auch momentan wieder aus. Die erinnern mich so ein bisschen an eine bekannte andere Marke. Die, ähm, pflegen nämlich enorm. Und das gefällt mir richtig gut. Also dieses Produkt ist wirklich butterweich aufzutragen. Ähm, ich hab den jetzt ein bisschen getestet natürlich, bevor ich ihn euch jetzt in die Kamera halte. Und mir gefällt das gut, weil man merkt ihn gar nicht auf den Lippen. Und ihr seht, die Farbabgabe ist krass. Wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, das ist, äh, zu doll für mich. Man kann den auch richtig, ähm, soft auftragen. Wie bei jedem anderen Lippenprodukt auch. Und, schaut mal, ich finde, man sieht das auch schon, wie ultra leicht der ist und schön schimmernd. Der hat Inhaltsstoffe wie Shea-Butter. Liebe ich sowieso. Bin ich von meiner Mama früh gewohnt. Die hat auch immer so, äh, Pflegeprodukte mit Shea-Butter und so gekauft. Und, ähm, Jojoba-Öl, was ja bekanntlich beruhigend ist. Und, ja, neben der pflegenden Wirkung, ähm, dass auch Mango-Butter drin ist, ist das Produkt halt auch nährend. Also nicht nur Feuchtigkeitsversorgung für eure Haut, sondern halt, ne, aufgrund der verschiedenen Öle richtig nährend. Das Coole ist, das Produkt kann man laut Jepoda für jeden Hauttyp verwenden. Und das ist natürlich praktisch, dass man nicht nur den für drei verschiedene, ähm, ja, Zonen des Gesichtes verwenden kann, sondern das auch noch für jedermann ist. Ich muss sagen, so, mein erster Eindruck jetzt von den letzten zwei Wochen, wo ich ihn ein paar Mal getragen habe, ist ganz gut. Deswegen dachte ich mir, zeige ich den euch mal und, äh, bespreche das mal mit euch hier heute in dem kleinen Kosmetik-Video. Und, ja, ich habe netterweise von Jepoda auch wieder einen ganz tollen Rabattcode für euch bekommen, denn schaut unbedingt mal in die Infobox jetzt für die nächsten, lasst mich lügen, 29, 30, die nächsten zwei Tage. Habt ihr einen krassen Rabatt. Ähm, danach fällt er ein bisschen runter, ist aber trotzdem noch gut. Also vielen lieben Dank, Jepoda, an dieser Stelle für die tolle Möglichkeit. Ähm, ich setze euch den Ball natürlich auch mal per Link unten in die Infobox. Da könnt ihr euch das dann nochmal genauer durchlesen. Und, ähm, ja, ich finde, der macht, wie gesagt, einen guten Eindruck. Und, äh, ja, bin ich gespannt. Freue ich mich, den jetzt in meiner Schminksammlung zu haben. Und ich muss sowieso sagen, äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, meine ganzen Lippenprodukte auszusortieren. Und da werden richtig viele fliegen, weil viele echt alt sind. Und deswegen freue ich mich tatsächlich sehr über diesen Zugang. Und, äh, bin mal gespannt. Vielleicht, äh, werde ich mir die anderen beiden auch nochmal zulegen. Ähm, ja, finde ich gut. So, dann machen wir mal weiter. Wie gesagt, ach so, schaut mal. Ich habe euch tatsächlich, das werdet ihr auch im Aufgebraucht-Video noch sehen. Aber, weil wir so ein bisschen, äh, ja, Kosmetik heute besprechen, wollte ich euch von Jepoda auch mal das, äh, The Bubble Double zeigen. Das habe ich nämlich aufgebraucht. Komplett, wie gesagt, ich packe es nochmal ins Aufgebraucht-Video. Aber falls ihr stöbert und ihr einen richtig coolen Waschhaum sucht, dann schaut euch unbedingt den auch mal an. Der ist mit, äh, Salicylsäure. Das heißt, na, wenn man auch ein bisschen Unreinheiten praktisch auf dem Gesicht hat, äh, bekämpft das diese. Und ich muss sagen, ich finde den richtig, richtig toll. Er ist sehr ergiebig. Ich liebe Schaumprodukte sowieso fürs Gesicht. Ähm, weil es einfach irgendwie mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen von euch auch so geht. Aber ich liebe sowas. Ähm, ja, genau. Und deswegen schaut euch den unbedingt mal an. Natürlich haben die auch noch ganz viele andere Produkte, die alle auch aufeinander aufbauen. Man muss natürlich nicht alles kaufen. Aber das ist auch eine Ultra-Empfehlung von mir. Deswegen, ich hatte den hier eben noch mit reingelegt, weil der mir eben hier ins Auge blitzte. Und, äh, ja, Empfehlung. Auf jeden Fall. Gerne mal anschauen. So, jetzt machen wir weiter mit Produkten von L'Oreal. Da habe ich nämlich einiges, ähm, zum Ausprobieren bekommen. Und ich fange tatsächlich mal mit den Sachen an, die ich selber schon gekauft habe. Und die ich auch kenne. Und zwar sind es, zack, einmal die, ähm, Double Extension Extra Black Mascara. Diese Mascara ist einfach meine Jugend. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die habe ich als ich 15, 16, 14, 17, irgendwie so, ich glaube sogar alle Jahre alt war, habe ich die benutzt. Ich habe die so oft gekauft. Damals war das noch richtig viel Geld, ne, als Teenie. Und die hat halt eine Seite mit so, ähm, ja, zum, wie nennt sich das, mit, äh, Ceraminen, also praktisch, um die noch länger zu machen. Und, ne, und dann gibt man, äh, die Mascara drauf. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Ich habe sie geliebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich die jetzt, äh, zum Testen bekommen habe. Denn, ich weiß, ich liebe sie. Und ich freue mich schon, die jetzt, äh, in Zukunft mal wieder zu verwenden. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die so nicht irgendwie schon mal wieder gekauft habe, weil sie ist echt cool. Was ich ebenfalls, äh, kenne und mir auch schön öfter nachgekauft habe, wenn ich mir falsche Wimpern aufklebe, ist der Ultra Precision, ähm, Super Liner von L'Oreal. Der schaut so aus. Achtet mal bitte heute nicht auf meine Fingerlingel. Die sind so mega rausgewachsen. Das sieht sehr unschön aus. Aber ich hatte noch keine Zeit, wieder ins Nagelstudio zu düsen. Ja, kommt so daher und, ähm, hat eine richtig, richtig tolle Deckkraft. Man kann damit natürlich schön, ähm, präzise malen. Und ich benutze ja nicht so viel Eyeliner, außer im Sommer farbige. Aber wichtig halt, wenn ich mir Wimpern klebe, damit man einfach den Übergang nicht sieht. Ähm, genau. Und schaut mal. Also der gibt halt ein richtig tolles Schwarz ab. Und, ja, mag ich gerne. Ist auch mega langanhaltend. Und also, die halten bei mir echt immer lange. Gut, benutze ich natürlich auch nicht jeden Tag. Aber, ja, ist schon auf jeden Fall ein tolles Produkt. So, dann, was ich auch schon mal probiert habe, und da freue ich mich tatsächlich auch sehr drüber, ist hier dieser L'Smokey, ähm, Kohl-Kajal. Da habe ich die Farbe Braun 204. Ganz witzig, ähm, konnte L'Oreal ja nicht riechen. Aber ich habe die letzten Wochen wieder angefangen, immer, ähm, unter dem unteren Augenkranz braunen, äh, Kajal zu verwenden. Von daher kommt der wie gerufen. Habe ich jetzt noch nicht, ähm, benutzt. Also ist noch neu, aber ich kenne den auch. Wie gesagt, von früher hatte den auch in schwarz schon. Und, ja, richtig gute Farbabgabe. Natürlich relativ schön weich, angenehm aufzutragen. Und finde ich super. Man hat hier halt, und das finde ich auch ganz cool, weil ich habe momentan nur welche ohne Schwämmchen gehabt, hat man hier noch was zum Verblenden. Und ich finde das auch wichtig, dass man das, wenn ich den unteren, ähm, unteren, ähm, na, unter der unteren Wasserlinie auftrage, das verblende. Weil sonst sieht es einfach so hart aus. Und, ja, das macht einfach was her. Und dann bekommt man halt auch diesen rauchigen, smokigen Effekt. Und, genau. So, was ich, äh, auch kenne, aber nicht in dieser Farbe habe, ist von L'Oreal hier ein Liquid Lipstick in der Farbe, äh, äh, M-Power 110. Die halten mega gut. Finde ich auch richtig gut. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Farben ich hier habe, aber ich glaube, das sind einige, aber diese noch nicht. Und da, äh, ja, haben sie wahrscheinlich gut meine Videos geguckt, denn das ist eine schöne, ja, helle Farbe, wie ich es auch mag. Die wird auch noch minimal dunkler, wenn man, äh, wenn die trocknet. So einen kleinen Müh. Und schaut mal. Ist richtig, richtig schön. Auch was für, äh, fürs Frühjahr jetzt. Frühling, Sommer. Genau. Und Liquid Lipsticks, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Die gehen immer. Die halten Bombe. Ähm, die sehen gut aus. Da kann man mit Essen, Trinken und so. Das ist natürlich, äh, ja, immer praktisch. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir noch ein Produkt, was ich, ähm, kenne und auch in vielen anderen Farben habe, aber in der auch noch nicht. Und zwar ist das ein Lippenstift, Stift, Lippenstift, Lippenstift aus der Colorish-Matt-Reihe, die 103. Blush in a Rush. Ich zeige euch das mal so. Und die finde ich auch gut. Da, äh, ja, gibt es gar nicht so viel zu sagen. Die, äh, haben tolle Farben. Die sind immer super butterig, weich im Auftrag. Haben ja auch pflegende Inhaltsstoffe. Ist eine richtig, richtig schöne Frühlingsfarbe. Also, ich finde, wenn man das sieht, macht das richtig Bock. Einfach auf Frühling und Sommer und, äh, wieder kürzere Klamotten mit schönen Farben. Und, ja, einfach jetzt wieder regelmäßig Lippenstift zu tragen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Aber alle, die mich schon lange verfolgen und meine Videos, äh, gucken, die wissen, ich liebe Schminke über alles. Dekorative Kosmetik, aber Lippenprodukte habe ich meistens am meisten. Und, äh, ja, das ist so meine Kategorie, die ich am liebsten habe. Die ich dementsprechend auch am meisten kaufe. Deswegen freue ich mich natürlich auch sehr über die Neuzugänge. Und, ja, die Farbe macht auf jeden Fall auch mega Bock auf, ähm, Frühling. Ich trage ja auch viel so Beige-Töne, auch so wie heute. Passt natürlich super, ne? Und die halten auch mega lange und, wie gesagt, sind auch pflegend. So, jetzt kommen wir zu Produkten, die ich, äh, noch nicht getestet habe. Also Lidschatten ja, die Farben aber auch nicht. Da, äh, war L'Oreal so nett und hat mir hier zwei, äh, Farben zugeschickt. Einmal die 17 Don't Stop Me, ein Satin-Finish. Und die 37 Extraordinary Foil. Und die schauen so aus. Ja, also irgendwie, habe ich schon gesagt, als das Paket ankam hier, was sind das für schöne Farben, die passen direkt wie die Faust aufs Auge zu mir. Ähm, wenn man diese Koralltöne trägt und blaue Augen hat, dann hebt das ja sowieso die blauen Augen richtig hervor. Und, ähm, ja, man strahlt umso mehr, was den Ausdruck anbelangt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier aufkriege. Hätte ich auch mal vorher machen können. Ähm, genau. Na los. Ich habe, äh, wie gesagt, andere Farben davon schon, oh Gott, wie schön, schon gehabt, aber die noch nicht. Der Hund grunzt unter meinem Stuhl, nicht wundern. Da gehen wir jetzt mal rein und swatchen das mal. Das ist so schön, da freue ich mich auch schon, den zu tragen. Richtig weich. Und den swatche ich mal. Wow. Okay, wow. Den muss ich, glaube ich, morgen mal tragen. Einmal den. Und dann mache ich gleich mal den anderen daneben. Na, vielleicht rege ich mir noch hier den Nagel ab. Äh. Na los. Ich möchte aber für diese kleine Stelle gerade nicht schneiden. Jawohl. So, ähm, das ist auch halt super in Kombi. Man kann den auch nur zum Highlighten nehmen, glaube ich. Ähm, mega schöner Champagnerton. Ja, genau mein Ding. So. Swatches. Einmal für euch. Können wir wieder darüber sprechen, wie schön der auch einfach schimmert. Also der auch schreit absolut nach Sommer. Und wie gesagt, für blaue Augen mega. Und der geht halt zu allem, ne. Egal mit was für einer Kombination. Oder einfach nur, wie gesagt, so ein bisschen zum Highlighten. Im inneren Augenwinkel, unter der Braue. Ja, finde ich richtig gut. Dann ein Produkt, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und zwar ist das von L'Oreal das Melon Dollar Baby Rouge. Den wollte ich mir schon oft kaufen. Bin immer drum herum geschlichen. Habe es nie getan. Und ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ähm, ja. Jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich den bekommen habe. Und der ist auch mit dem Print. Und also wieder für uns Kosmetikfreaks. Wie schön ist das bitte? Warum macht ihr das? Ja, richtig schön. Und, ähm, riecht der auch nach. Ich kann halt nicht richtig riechen, wegen, ne. Koroni, ihr wisst, aber wäre natürlich auch cool, ne. Ja, der ist, ich bin mal gespannt. Ich glaube tatsächlich, ich hätte gar nicht gedacht, dass der so hell wirkt. Ich muss das mal aufgetragen auf dem Gesicht sehen. Und deswegen schreibt es mir mal, ob ihr damit mal Look wollt mit den Produkten. Aber der ist sehr hell. Also sehr, sehr hell. Und, äh, rosastichiger als ich dachte. Und da muss ich halt gucken, weil ich ja auch ab und zu aufs Solarium gehe, ob der nicht zu hell für mich ist. Oder ob man den nur so ein bisschen, ähm, partieweise auf die vordere Wange macht. Wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Multibalm. Ich habe, ähm, ja, auch Bronzer drauf. Das ist das Harmony von MAC. Und davor halt den Multibalm. So mache ich das aber meistens, wenn ich Rouge auftrage. Es ist selten, dass ich nur Rouge auftrage, weil ich das irgendwie einfach schöner finde. Weil man vorne so diesen, ja, frischen Effekt hat, ne. Diesen gesunden Tint. Und trotzdem so ein bisschen wie, ähm, Contouring im Gesicht. Genau. So, dann habe ich noch, ich glaube, ich brauche mal ein Tüchlein. Haben wir hier ein Tüchlein? Nehmen wir hier mal so ein Wattepad. Ähm, was habe ich noch? Ich habe noch einen Lip Liner. Den finde ich auch sehr spannend, weil ich sehr, sehr gerne auch Lip Liner nur Solo trage. Also, wie gesagt, Lip Liner und Lippenstifte ist meine liebste Schminkkategorie. Ich mache mal hier jetzt einmal meine Swatches weg. Übrigens ist dieses Garnier Micellenwasser richtig toll. Hatte ich euch aber auch schon gezeigt, ne. Ich liebe ja sowieso diese Micellenwasserprodukte von, ähm, Garnier. Und die haben momentan, äh, bringen die schon ganz schöne neue Sachen raus. Ähm, ich habe jetzt gesehen, gestern, ich arbeite ja bei dm, ähm, als gelernte Drogistin, hab gestern in der Neuware einmal das Micellenwasser von, ähm, Nivea gehabt. Auch jetzt gibt es passend in, ähm, in der Vitamin C Variante sozusagen. Also, falls ihr Nivea gerne mögt und, äh, Vitamin C Produkte, dann haltet da mal Ausschau. Genau, jetzt habe ich noch den Lip Liner in der Farbe 125 Maison Marais. Okay, die sind ja richtig, äh, edel irgendwie, ne. Mit diesem goldenen Deckel und so finde ich immer ganz schön. Und den swatchen wir mal. Der sieht richtig aus wie so ein Buntstift. Okay, wow. Krass. Das ist richtig die optische Täuschung, aber im positiven Sinne. Schaut mal, die Mine. So ein bisschen, äh, matt. Dezent. Und dann trägt man ihn auf und dann so. Also richtig knaller Farbe. Finde ich richtig gut. Und aufgrund des Rottons, glaube ich, ist der auch gut, ähm, weil der ein bisschen kühler ist und, äh, nicht so gelbe Zähne macht optisch, ne. Also da achte ich schon auch immer drauf. Ähm, das finde ich jetzt bei den Balmen halt auch nicht. Also da muss man schon immer gucken. Einige Lippenstifte sind halt schön. Kann ich zum Beispiel aber nicht tragen, weil das dann einfach noch, äh, ja, den Ton der Zähne, ähm, begünstigt. Und das sieht dann irgendwie nicht so schön aus. Ja, finde ich, äh, coole Farbe. Werde ich solo auf jeden Fall mal tragen oder mit, äh, transparentem Gloss drüber mache ich das auch ganz gerne. Und dann haben wir noch ein Liner. Das ist Signature Eyeliner in Taupe 08 Grey Tweed. Also ein Grau. Auch wieder so ein goldener Deckel. Sieht sehr edel aus. Und das ist so ein dunkles Grau. Da bin ich gespannt. Kann ich dann auch mal für die untere Wasserlinie ausprobieren. Ist schon, ja, sehr, sehr dunkel. Aber, zeige ich euch mal. Äh, dort unten dieser. Aber buttrig weich von der, ähm, vom Auftrag her. Ich meine, ich mag L'Oreal Produkte ja eh. Ähm, benutze die schon lange. Und mir war fast schon klar, dass ich jetzt, äh, qualitativ sowieso nicht an den Sachen meckern kann. Bin aber, äh, sehr neugierig, wie mir die Farbe steht. Ist natürlich für so ein bisschen rauchigeren, härteren Look. Aber, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ich mag die Produkte zum Rausdrehen tatsächlich eigentlich immer mittlerweile lieber, als die, ähm, Sachen zum Anspitzen. Weil es einfach praktischer ist. Ähm, ja. Aber das ist ja Geschmackssache. Dann einmal von L'Oreal wieder. Überraschung. Ähm, den Skinny Define Brow Artist. Da bin ich neugierig drauf. Denn den habe ich mir noch nie gekauft. Obwohl ich die Farbe auch schon immer ansprechend fand. Das ist die 104 Chatein. Ähm, da habt ihr wieder mit, äh, Bürstchen sozusagen zum Ausblenden. Das finde ich immer ultra wichtig bei Augenbraumprodukten. Weil man das sonst einfach nur aufträgt und es hart wirkt. Und ja, damit kann man es halt schön, wie gesagt, ausblenden und einarbeiten. Oh Gott. Ähm, ne? Also habt ihr hier so ein kleines Bürstchen. Das finde ich halt schon irgendwie wichtig. Und die Farbe, die tragen wir mal auf. Auch hier super zum Rausdrehen. Wie gesagt, finde ich immer praktisch. Und sehr fein, die Mine. Sehr hart vom ersten Eindruck. Liegt aber auch einfach daran, dass Augenbraumprodukte natürlich einen höheren Wachseinteil enthalten. Damit es einfach hält und wasserfest ist. Auch bei Regen und Co. Farbe für mich perfekt. Schaut mal. So ein richtig schönes, helles, aschiges Braun. Gefällt mir richtig gut. Ja. Ja, das, äh, werde ich auch ausprobieren. Ich habe zwar, ähm, na, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Ähm, Microblading. Also so halb, äh, Microblading. Und, äh, wie heißt denn das gerade? Bist du doof? Kennt ihr das? Das liegt mir gerade auf der Zunge. Ähm, Powder Brows. Genau so. Aber, äh, nichtsdestotrotz, äh, male ich ab und zu mal so ein bisschen. Oder mache halt Gel drüber. Gerade wenn ich Full Face Make-up trage. Damit es dann einfach, ja, komplett zum Look passt. Und nicht die Augenbrauen so sehr natürlich sind. Also natürlich im Sinne von, ne? Wie natürlich Microblading aussieht. Und, äh, der Rest ist halt so doll geschminkt. Dann gebe ich auch gerne nochmal was über die Augenbrauen. Ja, und dann bin ich auch sehr gespannt. Und zwar habe ich die Lash Paradise Mascara hier noch mit im Paket gehabt. Die wurde ja, oder wird gekauft. Die warme Selle habe ich noch nie gekauft, weil ich mir immer unsicher war mit dem Bürstchen. Die Verpackung, äh, kann man nicht anders sagen. Ist ultra süß. Ähm, sieht echt toll designt aus. Aber von der Bürste her, ähm, ist das jetzt nicht so mein Schema. Aber ich habe das jetzt in den letzten, ähm, Mascara oder bei den letzten Mascara Käufen oft gehabt. Dass gerade die, wo ich nicht denke, dass sie mir zusagen, ein richtig cooles Ergebnis gemacht haben. Und das ist ganz witzig. Und dadurch traut man sich dann halt auch wieder mehr irgendwie an neuen Mascaras ran. Und denkt sich, Mensch, warum ist man immer so voreingenommen? Einfach mal probieren. Weil manchmal sind gerade die für die eigenen Wimpern richtig cool. Deswegen, da werde ich auf jeden Fall mal berichten, wie ich die finde. Die ist auch für sensitive Augen. Ähm, ja. Sieht natürlich vielversprechend aus auf dem Bild. Aber das Wimper realistisch. In echt sieht das immer noch ein bisschen anders aus, ne? Ist halt für mega Volumen. Ja. Richtig cool. Und dann haben wir noch zu guter Letzt zwei Produkte. Das, äh, finde ich auch gerade ganz passend, weil mein Kerastar Shampoo ist fast leer. Das El Vital, das tolle, das, äh, auch von L'Oreal habe ich aufgebraucht, werdet ihr jetzt auch. Nächste Woche in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Ähm, und jetzt habe ich nämlich zugeschickt bekommen, aus der Botanical-Reihe, die Sorte Argan und Saarvorblüte. Einmal hier dieses Shampoo für trockenes Haar ohne Silikone für ein natürliches Haargefühl und vegan steht da sogar drauf. Ich liebe Verpackungen mit Pumpspendern und das Design ist ja nun mal auch echt schön, ne? Also ich weiß noch, damals, als ich die ersten Produkte davon eingebaut habe, als die rausgekommen sind bei uns in der Fiala, habe ich gedacht, okay, ja, würde ich auch so machen. Sieht halt richtig wertig aus. Macht was her im Bad und ist natürlich einfach praktisch, ne? Also wenn man unter der Dusche dann einfach nur pumpen muss. Ich muss gestehen, ich habe die tatsächlich aber auch noch nie ausprobiert, deswegen bin ich da sehr neugierig. Und dass das vegan ist, finde ich tatsächlich erstaunlich. Mit Arganöl, sehr gut. Ähm, und Saarvorblütenöl. Sagt mir so gar nichts. Ähm, nährt das Haar bis in die Haarwurzel. Für unglaubliche Geschmeidigkeit, die süchtig macht. Ich bin gespannt. Eigentlich bin ich ja ein bisschen vorsichtig bei meinen Extensions. Benutze da nur bestimmte Produkte. Aber, wie gesagt, das andere von L'Oreal benutze ich ja auch, das Elvitaille und deswegen, ja, ist ja derselbe Hersteller. Einfach mal probieren. Was sage ich immer zu meinem Freund? Das Praktische ist ja dadurch, dass ich Extensions trage, ähm, wenn die irgendwann mal nach ein paar Monaten blöder aussehen und sehr brüchig sind durch Stylen und so, dann kauft man sich neu. Das ist ja der Vorteil, ne? Ja. Ähm, und dann habe ich hier noch die Arnica Reparierende Spülung für stark geschädigtes Haar. Veredelt die Spitzen und repariert. Auch tolles Design. Bin ich mal gespannt. Schade, dass ich, wie gesagt, nicht riechen kann. Ich hätte euch gerne... Oh doch, es geht. Nee. Nee. Nee, ich hätte euch gerne dazu was gesagt. Aber müsst ihr selber mal den Rüssel ranhalten in der Drogerie. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall neugierig. Ja, also an dieser Stelle vielen lieben Dank an Jepoda und auch an L'Oreal. Wie gesagt, ähm, ja, meine Meinung dazu ist natürlich, äh, nicht gekauft oder, äh, ne? Also die ist auf jeden Fall echt, denn ihr, ja, ihr kennt mich, ne? Wozu soll ich ihr Sachen irgendwie berichten oder annehmen, wo ich selber nicht hinterstehe? Es mag sein, dass es natürlich in der heutigen Zeit natürlich viele gibt, die das irgendwie anders handhaben. Aber ich denke mir, dafür habe ich meinen Kanal nicht. Und ich denke, das wissen die auch, die mich schauen, die mich schon lange schauen. Und ja, ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen, mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich, die Produkte zu testen. Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Soll ich mal einen Look zu den L'Oreal-Produkten machen? Ähm, genau. Am Sonntag gibt es dann den dicken, fetten DM-Haul. Denkt an den Jepoda-Code, falls ihr da mal stöbern wollt. Wie gesagt, die Gesichtspflege ist auch super. Und, äh, ja, mir hat das Video viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Euch geht's gut. Und wenn ihr Bock habt, dann aktiviert gerne die Glocke. Abonniert meinen Kanal. Das ist kostenlos. Dann verpasst ihr kein Video mehr und unterstützt mich enorm. Ähm, ja. Und das war's an dieser Stelle von mir. Macht's euch fein. Und, äh, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.